hallo nes freunde und nes freundinnen ich zocke alle nes games dieser welt und heute sogar mit kapuze weil mir ein bisschen kalt ist ja und ohne greenscreen heute ohne greenscreen was soll schon schiefgehen so was spielen wir heute formula 1 sensation na das muss ja sensationell gut sein mal schauen ob dem wirklich so ist also der startbildschirm schaut schon mal fein aus da wurde sich echt mühe gegeben okay mal schauen wie gut das spiel aussieht freerun grand prix freerun wo spielen wir denn spanien mexiko afrika brasilien was nehmen mexiko was ist ein schott moment erfahrer mit moment ja jetzt können starten so ja das flackert aber ganz schön hier die grafik puh also für a ok für wir für nes verhältnisse schaut das ganze eigentlich super fein aus definitiv eins der besseren games am nes formel 1 games drunter gehen der kurve vielleicht er voll drauf halten aha schalten muss ich zum glück nicht oh ja muss ich okay ich muss selber schalten und der sound gibt zumindest für schalten ein ganz gutes feedback naja ist nicht so leicht aber es ist gut gemacht also ich muss mich jetzt doch schon sehr aufs schalten konzentrieren dann kann ich das irgendwie vor automatik stellen machine selection ich kann mich durch zwei verschiedene farben aussuchen man fasst es hier nicht aha ich war hässlich egal settings was gibt es denn hier noch aha ja wahnsinn was man da alles einstellen kann ja wie gesagt diese offensichtlich eines der besseren nes formel 1 games ist ja vielleicht schon so eine kleine sensation wortspiel wortspiel ein schön aber auch automatik kann man sich wohl wohl gegen schalten so aha optionen ok ok was gibt es denn hier noch exit start ja ok machen wir nochmal da gehen alle auf startposition ok so und gar gleich raufschalten so raufschalten ist mit dem steuerkreuz uah 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 das sehe ich auch verdammt gut an also das ist mit abstand weil das ist einfach fix das beste formel einspiel bisher meine ist ist absolutes gefühl es ist nicht so bekannt finde ich nicht ob ich damit richtig liege mit der bremse arbeiten dann die kurve muss ich hochschalten ich vergiss das schalten ja schon gut beschäftigt mit schmisch rauf und runter schalten bremsen und das geben und lenken natürlich nicht zu vergessen lenken natürlich wirklich noch mal so start sequenz wieder beim weiter starten schon ganz fern gas runter und gleich wieder voll drauf halten schalte automatisch runter oder wie unterschalten scheint automatisch zu funktionieren oder mache ich das mit meinen unfähigen knöpfe drücken das kann natürlich auch sein da muss ich bremsen dass die vergiss ich immer zum bremsen da war schon besser war schon besser so jetzt möchte ich mal und auch als nicht 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 singen spielen sondern das richtige ich machte mal schon seit von der maschine dann spiele ich schon wo schon sechs minuten das geht ja rucki zucki bei so einem cool spiel formel 1 sensation es ist wirklich eine gute simulation nicht gedacht dass ich das sagen wäre ich habe mich irgendwie auf schlimmes eingestellt ok wir sollen meinen namen geben das ist natürlich der gute alte rob 64 wer sonst ok maschinen soll ich das lassen wir einfach alles einfach start der gerhard berger fährt da auch noch mit gerhard berger michael schumacher ich habe immer zum gerhard berger als österreicher sich immer zum gerhard berger gehalten und hat einfach nie gewonnen ist einfach deprimierend nie hatte gewonnen und deswegen habe ich noch auch oft sehr oft zum eier zum sender genannt gehalten der war deutlich besser das mache ich hier eigentlich ich will gegen gerhard berger und den sender fahr ich geht schon immer gestarten noch mehr muss ich noch mehr aussuchen oder was schuhmacher die echten namen die dafür lizenz gezahlt haben wahrscheinlich damit einfach starten ja ok ja cool qualifier qualifier ein bisschen eingeübt bin ich jetzt schon uuuh schriftzug das schaut gut aus so geht schon aber ich darf nicht vergessen ich muss mehr vom gas runter in den kurven oder muss ich da ich muss zu spät reagiert wenn ich auf die landkarte geschaut habe Alles an voll gas kurve links bremsen volks jaja hey 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 is an vollgas kurve links trempfrenzen kulum однойrente foreign ärgerlich ärgerlich ich bin nicht letzter und der gerd berger dritter gerd der unrealistisch gerd berger war nicht gut qualifying 2 na klar geht schon mal schauen vielleicht kann ich noch verbessern ich glaube schon wir sind noch mehr konzentrieren wirklich selten gutes racing game am ende ist mit den mitteln vom nes ein gutes racing game zu machen ist ja wirklich keine leichte aufgabe und jetzt muss ich dann runter bremsen und danke wieder gas geben ich habe vergessen zu schalten und ja jetzt habe ich die kurven auch ohne geschafft und er ausschlägen aber ich habe vergessen zu schalten ja bis sein platz besser hat er noch mehr drin gewesen egal er ist jetzt die berge der dritte szene erster er sendet das war super fahrer so gut go to race setup lassen wir so das passt schon mal schauen wie viel rund müssen wir ein race fahren startaufstellung wird ja ganz epische angezeigt ja das spiel ist schon konami also kein wunder das ist gut wir haben schon coole sachen gemacht schon damals geht schon geht schon go go irgendwie ist mein start nicht so gut eine überholt da muss ich jetzt wieder bremsen sonst hat mich raus gleich nah hätte ich nicht müssen mist bremsen 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 was wird es ja gescheit gas geht dann muss ich bremsen gescheit bremsen so vollgas und da muss man bremsen was man bremsen was man bremsen nein 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 ich soll nicht warum soll ich pit stop machen schilder pit stop nix pit stop oder woher pit stop ich habe zu früh gemacht oder was all repair start ja super boxen stop sogar wo habe ich alles neu bekommen ist irgendwas kaputt gekommen wahrscheinlich ja leute ist vielleicht ein bisschen übertrieben 19 sekunden ist schon verdammt lang kann ich nie wieder auch wohl wahrscheinlich oder zumindest nicht im ersten gang komm schon ja je nein gas gibt gas gibt gas bremsen bremsen und vollgas wieder drauf halten ja es ist nicht leicht also ich wollte damit wird zeit zum einspielen eindeutig ja jetzt gibt es keinen boxen stop 2 weiter da ist einer der wird überholt gnadenlos doch dass der kurs nicht gerade ist sondern dass es so ein bisschen hügel gibt das ist einer hinter mir doch der anzeige seiner hinterein ist super hügel wir auto schaut gut aus ich sehe ich gerade links zu dem mit schon auto angezeigt glaube ich was soll ich jetzt gemacht das war der fehler projekte reifen hin ich muss reifen wechseln eigentlich geben wir nächsten muss ich eigentlich an die box weil meine reifen sind im eimer knapp ja die reifen ich weiß ich darf nicht so oft rausfahren links jetzt kommt gleiche starke rechts da muss ich bei der musik bremsen die musik abbremsen pit stop so ich brauche nur reifen normal hat haben sie die reifen repariert oder ich als falsches geklickt naja ist nie repariert gut jetzt muss ich volle kanne aufdrehen wenn ich dann noch was reißen will es ist lustigerweise finde ich es fast besser als manchen neues formel 1 gehen es ist einfach sehr kardik aber aber auch irgendwie zum auch simulationen also in jedem von beiden welten was gefällt mir sehr gut nein jetzt in der letzten runde nein das darf nicht sein das darf doch nicht das ist das war jetzt mein da hat mir dann platz kostet ja 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 vorletzte sonst wäre ich sieben zu gewesen jetzt wie lange zocke ich ihn jetzt schon wahrscheinlich schon wieder ewig aber ich zog einfach so gerne in es geben soll ich machen 17 minuten noch habe ich habe eigentlich noch lust auf eine runde drauf ich zog noch eine runde ich zog noch eine runde ist ein gutes spiel warum nicht ist ein gutes spiel so ich mache nur ein kohle fallen ein reis und dann dann war es das ich kann die games ja auch nicht immer zu lang spüren sonst wäre ich einfach nie fertig mit allen ns games aber das macht gerade laune das können ich mir jetzt einfach da mal gescheit gas geht da muss ich abbremsen da ist eine rate rechts da geht es eigentlich gar nicht dann wieder gas geben nein wieso denn naja ja 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 es ist einfach nur noch schikane was soll ich da ja die strecke noch nicht immer ja in der ersten wird man vielleicht auch nicht durchfahren schalt gas geben wieder ja 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 das war nix das war garantiert letzter platz da so nix aber wirklich mal eine qualifier aber ich mache noch eins wo gar nicht mal letzter geht noch was was kostet die welt formel 1 wenn ihr seid ihr große formel 1 fans wenn ihr das seht also ich mochte formel 1 wohl gerne war in der arbeit immer gesprächsthema nummer eins eigentlich deswegen habe ich auch eigentlich gesehen weil alle mir darüber gequatscht haben und ja jetzt spricht niemand mehr mit mir über formel 1 aber ich komme auch einfach nicht zum schauen ich hätte auch einfach jetzt nicht mehr die 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 muse dazu in der früh aufzustehen und mir zwei stunden formel 1 anzuschauen oder auch vielleicht noch das qualifying oder so und interviews und so weiter wenn man will kann man ja da stunden damit verbringen tage mit formel 1 schauen so schauen wir mal wie war es jetzt der ich so viel quatsch dass ich gar nichts mit bekommen aber wie gut ich war besser sechster platz immerhin go to race jetzt ist kommt die stunde der wahrheit bei karl wendlinger fährt auch mit ein wahnsinn das war anscheinend die saison wo karl wendling und gerhard berger gleichzeitig gefahren sind ich glaube da gab es nur ein oder zwei saisonen wo das der fall war bei karl wendling hat gleich noch weniger christner als der gerhard berger also naja einmal rauf einmal runter war ich zu schnell war ich zu schnell einfach das ist so schwer einzuschätzen wie viel gas man geben kann das war zu viel das war zu viel das war auf jeden fall zu viel und ich wäre auch hier schon gut überholt von den anderen weil ich einfach so grottenschlecht fahre das ist ja schon wieder wirklich schlimm mit mir zurück überholt hier dritte drauf schalten kommt schon also mit dem steuerkreuz schalten das durch mein bild so schwer muss ich sagen aber das ist die beste option am ende ist mit steuerkreuz schalten ich verstehe es dass sie so gemacht haben wie sie es gemacht haben ist gut so bei allen anderen tasten mit selektoren mit stadt wird sie müssen das hätte sich noch schlechter angefüllt mit sicherheit das heißt da bin ich meine lange gerade da muss ich runter bremsen ich habe doch eh schon die brems wie ein naja wer brems verliert hätte ich immer gedacht nein ich weiß natürlich ist blödsinn wer brennt verliert nicht mehr vor allem nicht mehr im bremsport das typische wer es geht nicht darum wer am schnellsten der kurve drin ist es geht darum wer am schnellsten aus der kurve draußen ist ja ja das habe ich bin kart fahren gelernt im berechten kart fahren und meine reifen sind im buch reifen wechseln nur reifen brauche ich einmal danke okay kann schauen kann ich das irgendwie schleunigen da würde ich mir wünschen dass ich dann ein bisschen einfluss nehmen kann die geschwindigkeit des teams ja 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 voll der kann drauf brechen So, volle Kanne und gescheit runter bremsen diesmal. Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Immerhin nicht rausgefallen, nicht ganz rausgefallen. Vor allem, was ich für angesehen habe, ich die strengte Gesicht wohl mache, gerade beim Zocken. Ah, ja, ja, ja. So, er ist voll durchziehen, volle Kanne durchziehen. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Ah je, das war schlecht. Das kostet mich wieder Reifen, wenn ich mich... Na geh, komm. Ah, hätte ich mich aufs Schalten konzentriert, na, ich bin nicht gelenkt. Ah, der hat, schiebt mich volle Kanne an. Ah, ja, 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 da hat mich jetzt schwer zerstört. So, da, gib Gas. Ja, ich weiß, ich bin ziemlich im Eimer. So, ich mach mal. Ich muss trotzdem kurz reparieren. Ich muss leider reparieren, das Zeug. Was soll ich machen? Repair all. Ich weiß jetzt nicht, was das da hinten gewesen ist. War das die Engine? Wahrscheinlich. Egal. Einfach mal alles neu machen. Okay, das... 19 Sekunden. Ich sehe schon den letzten Platz von mir. Jetzt gescheit runterbremsen. Gescheit runterbremsen. Vollgas. Ich werde da runterbremsen. Jahrtausende. Ah, ja, ja, ja. Komm, 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 komm. die gas nein ich habe doch hier runter gebremst zu wenig halt zu wenig halt jetzt noch gescheit gas geben und naja das war wohl nicht so besonders jahrzehnt aber da war noch viel drinnen carl wellinger fünfter ok er hat der zweiter unglaublich dieser gerhard berger gut bin wohl nicht und wir haben wir kriegen davon einzelne punkte und die ersten 6 kommt das habe ich wohl nicht geschafft tja schade für europa 64 macht aber nichts ist ein unglaublich gutes gehen wahnsinn eigentlich für eine es sagt mal in den kommentaren wenn es bisher gesehen hat ob es noch ein besseres formel 1 rennen gibt am ende ist ich glaube nicht ich kenne zwar noch nicht alle aber das war schon verdammt gut verdammt gut was eindeutige zock empfehlung hier von mir für formel 1 formular one sensation wirklich eine sensation kann ich absolut nachvollziehen ja ich danke euch fürs zuschauen dort drüben könnt ihr schauen was ich schon alles gezockt habe über 200 ns geben sind das bereits dort unten auf dem button zum abonnieren klicken und über einen daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer danke fürs zuschauen tschau tschau leute